Und wir haben jetzt mal fünf Ideen oder Tipps, wie ihr den Preis so ein bisschen oder die Baukosten wirklich ein bisschen runterschrauben könnt, ohne irgendwo an der Qualität zu sparen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Wir haben heute eine sehr wichtige Episode und wir nehmen die mal wieder zum zweiten Mal auf. Ja, aber diesmal war es mein Fehler. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es eher ein Unfall. Das stimmt. Sagen wir es so, weil beim ersten Mal war ich nicht drauf. Leider im Video. Und heute geht es darum, Baukosten reduzieren und wir haben mal fünf Ideen, die wirklich funktionieren. Also wo ihr wirklich Kosten sparen werdet. Ja, und das ist ja das, was alle wollen. Das ist das, was auf jeden Fall wichtig ist. Ja. Gerade jetzt, wo die Preise natürlich so ein bisschen steigen und das Bauen teurer wird. Aber lasst euch davon auch nicht Panik machen, weil hättet ihr jetzt vor vier Jahren oder vor fünf Jahren gebaut, wären die Preise auch nochmal deutlich niedriger gewesen. Also von dem her immer ein bisschen mit einer gewissen Perspektive betrachten. Natürlich geht es jetzt gerade nach oben und es fühlt sich sehr schlimm an. Aber in der Perspektive muss es halt passen mit Finanzierung, mit dem Haus, das ihr dann bekommt und so weiter. Und wir haben jetzt mal fünf Ideen oder Tipps, wie ihr den Preis so ein bisschen oder die Baukosten wirklich ein bisschen runterschrauben könnt, ohne irgendwo an der Qualität zu sparen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, okay, wir wollen nämlich genau nicht, dass das Haus qualitativ schwächer wird. Weil das ist ja immer der erste Impuls, den man so hat. Oder der, ne, wenn man sagt, okay, dann nehme ich halt einen billigeren Anbieter. Oder dann nehme ich halt irgendwie, dann weiß ich nicht, doch die Wand, die zur Hälfte aus Styropor besteht, obwohl die gar nicht so viel günstiger ist, unterm Strich. Also von dem her ist so ein bisschen die Thematik, man muss sich halt überlegen, was will man? Welchen Wert legt man auf die Qualität? Aber ich meine, am Ende baut man halt wirklich nur einmal, das heißt, oder höchstwahrscheinlich nur einmal, das heißt, ich würde halt gucken, dass die Qualität nachher passt. Weil da seid ihr halt wirklich 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre im Haus und ärgert euch halt jedes Mal, dass es, weiß ich nicht, dann hellhörig ist oder sich brutal aufheizt im Sommer oder was weiß ich. Und das ist halt so ein bisschen, also ich würde versuchen, nicht an der Qualität zu sparen, sondern an ein paar anderen Dingen. Und Nummer eins, das ich hier habe, ist ein Binderdach zu bauen, statt ein Pfettendach. Ihr könnt das Dach entweder als Binderdach eben oder als Pfettendach ausführen. Das ist auch beides stabil. Grundlegend ist es aber so, das Binderdach ist ein gutes Stück günstiger, weil das einfach statisch ein bisschen leichter gemacht oder einfacher gemacht ist, weil da einfach mehr Querverstrebungen und sowas mit drin sind. Was bedeutet, dass ihr den Dachraum dann aber nicht nutzen könnt als Wohnraum sozusagen. Also ihr habt dann nicht bei einem Binderdach die Möglichkeit, diesen Spitzboden, wenn man das denn könnte, noch ausbauen kann, also von der Höhe her könnte. Das könnt ihr dann halt mit einem Binderdach nicht machen. Ihr könnt es natürlich schon als Stauraum nutzen, aber wenn ihr den Dachboden wirklich ausbauen wollt, dann wäre ein Pfettendach dafür notwendig. Deswegen, das Pfettendach ist eben genau deswegen aufwendiger, weil es eben nicht diese Querverstrebungen hat. Das Binderdach ist aber so zwischen 10, das Binderdach ist so zwischen 5.000 und 10.000 Euro günstiger, je nach Hausgröße oder Dachgröße. Und das ist schon eine Menge Geld. Und das ist natürlich schon eine Menge Geld, genau, richtig. Und deswegen muss man sich natürlich überlegen, will man das Dachgeschoss noch nutzen, will man da ausbauen oder halt auch nicht. Der zweite Tipp, den ich habe, da geht es schon ein bisschen an die Qualität und deswegen muss man sich überlegen, ob man das möchte, aber eine Mineralwolle als Innenwanddämmung zu nehmen, statt einer Holzfaser. Wir sind ja eigentlich große Fans der Holzfaserdämmung oder ich persönlich bin ein großer Fan der Holzfaserdämmung, weil es halt wirklich auch für den Schallschutz besser ist, für den Hitzeschutz besser ist und so weiter. Aber es ist halt jetzt, gerade wenn das Holz knapp ist, auch wieder ein bisschen teurer und ihr werdet so circa zwischen 7.000 und 15.000 Euro günstiger fahren, wenn ihr mit einer Mineralwolle in der Wand, also ich spreche jetzt nur von der Dämmung in der Wand, gegenüber einer Holzfaserdämmung in der Wand baut. Weil es halt einfach der günstigere Baustoff ist. Grundlegend ist es aber so, dass ihr dadurch natürlich ein paar Abstriche habt, eben was Schallschutz und was Hitzeschutz und sowas angeht, eventuell. Weil es kommt halt insgesamt und deswegen nehmt es nicht als Entschuldigung oder als Ausrede zu sagen, ja ich gucke jetzt nicht mehr, wie die Wand überhaupt ist, sondern Mineralwolle wird schon passen, sondern guckt trotzdem wirklich drauf, wie ist der Wandaufbau. Da geht es um die verschiedenen Schichten, da geht es um die Materialien, die da verwendet werden, die Holzbalken und so weiter. Also es geht ja wirklich um vieles. Das heißt, nur wenn man jetzt die Mineralwolle tauscht, heißt es noch nie. Was war das? Mein Fuß, der geknackt hat. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber es war sehr laut. Es war trotzdem lustig. Nur weil ihr jetzt die Mineralwolle nehmt statt der Holzfaserdämmung, muss die Wand aber deswegen nicht schlecht sein. Und man muss deswegen trotzdem noch nicht die Wand nehmen, die zur Hälfte aus Styropor besteht zum Beispiel. Das ist schon was Wichtiges. Also achtet weiterhin auf den Wandaufbau insgesamt. Aber ihr könnt natürlich überlegen, statt der Holzfaser oder Holzspänedämmung oder auch Zellulose oder sonst was, auf eben die günstigere Mineralwolle zu gehen. Was natürlich wieder, wie gesagt, so 7.000 bis 15.000 Euro spart. Das sind so die Preise, die ich gesehen habe, wenn mal ein Anbieter das so ausweist, dass er sagt, okay, wir haben jetzt hier die Variante mit der Mineralwolle. Und entweder Aufpreis wäre dann eben 8.000 Euro zum Beispiel, um auf eine Holzfaserdämmung zu gehen. Oder andersrum, ein Anbieter hat im Standard eine Holzspänedämmung und sagt, okay, wenn ihr dafür die Mineralwolle nehmt und das downgradet, dann kommt ihr 7.000 Euro günstiger oder sowas. Das sind so die Punkte, wo ich das immer sehe. Und wichtig ist natürlich, jetzt eine wirkliche Ersparnis ist es natürlich nicht bei den Anbietern, die sonst keine andere Dämmung anbieten. Ja, klar, da muss man natürlich drauf achten. Das ist logisch, ne? Aber wenn natürlich eine Holzfaser erstmal angeboten wird, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit zu sagen, nee, die nehmen wir halt in dem Fall dann nicht. Obwohl ich eigentlich immer dafür wäre, die zu nehmen. Und wenn es das Budget hergibt, würde ich es eigentlich auch immer machen. Aber ihr müsst natürlich überlegen und wenn gerade noch irgendwo was eingespart werden sollte, dann könnte man da nochmal probieren. So ist es. Ja. Ist aber wie gesagt ein Tipp, der schon an der Qualität des Hauses kratzt und deswegen würde ich es mir wirklich zweimal überlegen. Punkt Nummer drei. Und das ist jetzt wichtig, weil das sind, jetzt kommen die zwei größten Punkte eigentlich. Punkt Nummer drei ist, die Architektur möglichst simpel halten. Und ich glaube, über Architektur müssen wir mal allgemein reden. Das glaube ich auch. Das glaube ich, weil es ist wirklich schwierig, weil das Haus, ihr wollt euch da verwirklichen und so weiter. Also viele Bauherren wollen sich da verwirklichen und so weiter. Das verstehe ich auch alles. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Am günstigsten, und wenn wir jetzt wirklich mal auf den Preis schauen, wäre es natürlich zu sagen, wir machen vier Wände Dach drauf. Das ist einfach von der Grundkonstruktion das Günstigste, was ihr bauen könnt. Sobald da irgendwie ein Erker rein soll oder irgendwie eine Gaube oder ein Rücksprung oder sonst irgendwas, wird es halt schwierig. Oder eine ins Haus integrierte Garage oder irgendeinen Schnickschnack. Dann wird es schwierig und dann wird es einfach teurer. Das müsst ihr halt einfach wissen. Also ich hatte neulich auch einen Bauherrn gesprochen. Der hatte zwei gute Ideen. Der wollte einmal, weil bei dem war es so, dass das Erdgeschoss so ein bisschen die Größe vorgibt gegenüber dem Obergeschoss. Also wollte er im Obergeschoss dann nur beim Schlafzimmer, beim Elternschlafzimmer, so einen kleinen Rücksprung, die Ecke quasi rausnehmen aus dem Haus oben. Damit er da dann noch wie so eine Dachterrasse oder einen Balkon halt hat. Das aber zu machen, wird so viel teurer, weil es einfach so abweicht von diesem normalen, was man sonst baut, dass es deutlich günstiger wäre, einfach nur einen Balkon davor zu hängen. Weil ich brauche da wieder eine andere Dämmung, Abdichtung für diesen Teil, der im Prinzip dann ein Flachdach ist, über dem Erdgeschoss. Man hat natürlich größere Fenstertüren, die dann da drin sind und so weiter. Das ist alles einfach deutlich teurer. Und es entspricht halt nicht dem normalen, es ist halt einfach eine Sonderanfertigung am Ende des Tages und dadurch deutlich teurer. Und das muss man halt einfach wissen. Anderes Beispiel ist, dasselbe Bauherr wollte das Obergeschoss dann überragend machen über die Straße, um auf die Garage, nicht über die Straße, also über den Durchgang zur Garage, genau. Also da war so ein Meter, ein Meterfünfzig dazwischen und wollte halt das Obergeschoss dann so ziehen, dass es auf der Garage aufliegt sozusagen. Mit dem Argument hat er dann unten dann schon für den Durchgang eine Überdachung und es sieht ja auch cool aus und so weiter. Und die Räume werden ja oben dann auch nochmal ein bisschen größer und besser nutzbar. Und man muss halt sagen, dass das schon eine Sache ist, die auch wieder sehr, sehr teuer geworden wäre. Weil ich muss die Garage ganz anders anlegen, da kann ich keine Standard 15.000 Euro Garage nehmen, sondern die wird dann richtig teuer. Es ist auch von der Dämmung, die ich wieder unter diesen Durchgang sozusagen machen muss oder diese Überdachung, da muss ich ja das Haus auch nochmal ganz anders dämmen, wie wenn es einfach nur das Erdgeschoss wäre. Und das ist so ein bisschen, wo man drüber nachdenken muss und deswegen eine einfache architektonische Form ist wirklich das Einfachste und das Günstigste, was man halt umsetzen kann. Und ich würde dann lieber optische Highlights, damit das Haus halt nicht super langweilig aussieht, weil das ist halt das Problem an der Geschichte. Dass das Haus mit vier Wänden Dach drauf halt langweilig aussieht oder aussehen kann potenziell. Jetzt kann man auch wieder sagen, ja, ist ja mir egal, Hauptsache ich habe innen das, was ich brauche an Räumen und so weiter. Finde ich völlig in Ordnung und finde ich auch gut, so zu denken. Aber wenn man sagt, okay, von außen soll es irgendwie schon auch noch was hermachen, da würde ich lieber wirklich mit Fensterelementen arbeiten oder mit noch einer Holzverschalung oder verschiedene Farben beim Putz oder auch einen Besenstrichputz oder irgendwas, was es halt nochmal ein bisschen anders macht sozusagen. Aber grundlegend würde ich architektonisch das Ganze so halten, wenn das ins Budget passen soll. Also wir sprechen gerade immer von der Thematik, man möchte Baukosten reduzieren, damit das Haus noch ins Budget passt. Und da wäre das wirklich ein erster Ansatzpunkt, den Erker wegzulassen. Da sprechen wir von 20.000, 30.000 Euro und aufwärts, was man da wirklich dann einsparen kann am Ende des Tages. Der nächste Tipp, der ist ähnlich und der ist auch ähnlich wichtig, nämlich kleiner bauen. Und der ist auch ähnlich unbeliebt, wenn wir mal ehrlich sind. Klar. Weil kleiner bauen ist immer so dieses, ich will nicht kleiner bauen. Aber ich glaube ganz viele Bauherren, das ist zumindest das, was ich immer sehe und wir machen ja zum Beispiel auch die Grundrissshow mit der Amelie, da sehe ich es auch immer wieder, wir kriegen ja auch ganz, ganz viele Grundrisse und auch im Bauherrenforum auf Facebook so viele Grundrisse geteilt. Und viele könnte man wirklich nochmal ganz locker um vier, fünf Quadratmeter einsparen. Und wenn ihr jetzt denkt, vier, fünf Quadratmeter, das macht ja kaum einen Unterschied, dann denkt nochmal nach, weil pro Quadratmeter könnt ihr mindestens 2.000 Euro rechnen. Ja. Je nach Ausstattung auch noch mehr. Das heißt, ihr habt bei vier Quadratmetern oder bei fünf Quadratmetern habt ihr schon 10.000 Euro reingeholt. Und dagegen, und jetzt muss man das ja wieder im Vergleich sehen, dagegen habe ich immer Bauherren, die mir jetzt sagen in den letzten Wochen, oh, jetzt muss ich noch schnell unterschreiben, obwohl das Haus noch nicht zu Ende geplant ist und ich habe auch noch nicht den Vertrag verhandelt und nix, aber ich muss jetzt unterschreiben, weil die haben gesagt, Preiserhöhung und dann wird ja mein Haus 15.000 Euro teurer. Okay. Ey, wenn du es fünf Quadratmeter kleiner machst, dann hast du zehn schon wieder drin. Und das ist halt einfach und klar, irgendwo ist es natürlich eine schwierige Aufgabe. Wir hatten auch mal in einer Grundriss-Episode, hatten wir mal so diesen Spruch, Grundriss planen kann eigentlich jeder, die Kunst ist, das dann ins Budget zu bringen. Ja. Und das ist einfach wahr. Das ist einfach genau der Punkt, weil man kann immer alles so schön planen, wie man möchte, wenn man da keine Beschränkungen hat und das Haus so groß werden kann, wie es will. Kann es aber meistens nicht, allein durch Bebauungsplanen und eben auch durchs Budget. Ja. Und das in Einklang zu bringen, ist sehr wichtig und da kommt halt wirklich der Architekt ins Spiel. Oder die Architektin. Also, wenn man hingehen möchte und wirklich eine clevere und eine sehr effiziente Lösung für den Platzbedarf, den man hat, weil es ist ja völlig in Ordnung, jeder hat seinen Platzbedarf. Ja. Aber ob es dann nachher 180, 200 Quadratmeter sein müssen oder ob auch 170 oder 175 reichen, das macht nachher wieder einen Unterschied. Einen großen. Ja. Ja. Und genau das ist halt der Faktor, wo ich mir überlegen würde, okay, wie kriege ich es jetzt wirklich so clever geplant, dass es nachher von den Kosten her auch noch finanzierbar ist. Und genau da kann ein Architekt halt wieder helfen. Ja. Weil die gucken wieder speziell drauf, okay, wo kann ich denn da Fläche einsparen, die man vielleicht gar nicht spürt. Ja. Weil es halt irgendwo Flure. In Flur. Genau. Flure oder auch Bad, ne, hatten wir zum Beispiel auch schon. Bad ist auch immer ein beliebtes Thema, das groß geplant wird. Ja, weil es halt der Wellness-Tempel sein soll und auch völlig alles wieder in Ordnung, ne. Aber ich glaube, du kriegst dieselbe große Dusche und so weiter, freistehende Badewanne und sowas kriegst du meistens auch hin, wenn das Bad halt nicht 20, sondern, weiß nicht, 16 Quadratmeter hat. Ja. Und deswegen musst du halt gucken, wie plant man es so, dass es von dem Anspruch, den du hast passt, aber auch nicht so, dass es jetzt einfach nur groß ist, damit es groß ist. Wenn ihr wieder im Budget bleiben wollt, wenn ihr sagt, Kohle spielt eh keine Rolle, ja, dann mach es so, wie du es willst. Aber es geht ja darum zu gucken, okay, wie kriege ich die Baukosten reduziert. Und das ist halt ein ganz großer Faktor. Deswegen würde ich immer empfehlen, mit dem Architekten die Entwurfsplanung zu machen und das dann wirklich von einem Fertighausunternehmen umsetzen zu lassen. Die können das mittlerweile fast alle, also einige natürlich auch nicht, eher die Massenanbieter nicht, aber viele können es schon, wirklich eine komplett freie Planung umzusetzen. Da habt ihr dann auch einen Festpreis und so weiter. Das haben wir auch schon mal besprochen. Grundlegend ist das, glaube ich, wirklich der wichtigste Tipp, wenn wir mal ehrlich sind. Also das Haus einfach von der Größe her zusammen mit dieser Architektur, die halt nicht irgendwo komplett ausarten sollte, das sind die zwei größten Treiber des Preises, muss man ehrlich sagen. Und dann habe ich noch den letzten Tipp, Tipp Nummer 5, vergleichen. Oh, schon wieder vergleichen. Ja, schon wieder vergleichen. Und was ich damit aber meine ist, ja, wir sagen es oft, dass man vergleichen muss. Und ist, glaube ich, auch mittlerweile so in unserer Kultur angekommen, dass man, weiß ich nicht, beim Fernseher tausend Stück vergleicht und beim Auto und bei allem Möglichen. Aber beim Haus muss man, glaube ich, erst mal sehen, dass es da ganz, ganz viele Gewerke gibt. Das ist ja nicht nur das Haus an sich, sondern es sind ja ganz viele Gewerke noch außenrum und man sollte wirklich jedes einzelne vergleichen. Also klar, angefangen beim Haus, dass man da wirklich einen Anbieter einmal findet, also einmal die Punkte reinnimmt natürlich, die wir jetzt schon besprochen haben, aber eben auch so das Thema, bei welchem Anbieter bekomme ich denn wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und klar, wenn die Preise steigen, davor war es einem vielleicht noch egal, zu sagen, okay, dann bezahle ich halt bei dem Anbieter 15.000 Euro mehr, aber dafür ist der, weiß ich nicht, da und da ganz toll, wenn man jetzt halt sagt, okay, ich gucke wirklich, wo kriege ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, also wirklich die beste Qualität für das, was ich nachher bezahle. Und das spielt auch sowas wie eine Bauzeit und sowas eine Rolle, weil das natürlich auch alles Kostenfaktoren sind. Deswegen, da würde ich einfach gucken, welche Firma hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, aber dann eben auch zu schauen bei den anderen Gewerken, wie Erdarbeiten, wie Keller oder Bodenplatte, wie Photovoltaikanlage, wie Finanzierung. Das sind alles Punkte, wo sich Vergleichen enorm lohnt. Bei der Finanzierung macht man es, glaube ich, schon auch relativ häufig. Da würde ich auch wirklich sehr, sehr gut vergleichen. Dann noch natürlich Keller, haben wir auch schon sehr oft gesagt, dass man da wirklich den Keller auch an der Quelle kaufen kann und sich dadurch die Aufschläge spart. Und selbst bei einer Bodenplatte, wenn man da einfach nochmal 2.000 bis 3.000 Euro spart, hat man auch schon wieder relativ viel drin, sozusagen. Photovoltaikanlage, dasselbe, haben wir jetzt auch kürzlich ein Video dazu gemacht, letzten Freitag. Und das, ja, wo wir auch besprochen haben, bei der Baufirma bezahlt man so circa das Doppelte fast. Oder einen Aufschlag von 50% mindestens für eine PV-Anlage. Also meistens. Lasst euch da den Einzelpreis geben, dann könnt ihr das immer vergleichen und dann habt ihr auch wirklich die Möglichkeit, das viel mehr zu steuern, was dann wirklich die Kosten sind am Ende des Tages. Und genauso die Erdarbeiten. Also kenne ich auch viele, die sagen, ja, in dem Ort, da gibt es halt den einen da. Aber dass es vielleicht dann im Nachbarort noch einen gibt, der es wirklich nochmal ein bisschen günstiger macht. Warum nicht? Und auch Erdarbeiten sind so der größte Punkt in den Nebenkosten. Genauso wie die Wohnfläche und die Architektur der größte Punkt für die Kosten des Hauses selber sind, sind die Erdarbeiten so der größte Punkt für die Baunebenkosten. Also lohnt es sich da auch, das gut zu vergleichen. Und da vielleicht auch noch der Tipp, wenn ihr jetzt in ein Neubaugebiet baut zum Beispiel, dann tut euch mit anderen Bauherren zusammen, die auch Erdarbeiten dann brauchen im Endeffekt. Und wenn ihr dann damit als Gemeinschaft sozusagen zu der Erdbaufirma geht oder zu den Erdbaufirmen und euch Angebote einholt, dann seid ihr ja in einer ganz anderen Verhandlungsposition. Also auch das ist was, wo man vielleicht nochmal 1000 Euro rausholen kann. Auf jeden Fall, ja. Deswegen würde ich einfach probieren und ich glaube gerade so in diesem Thema gibt es ganz viel und auch was das Haus dann selber nochmal angeht, wenn man da nochmal tiefer rein möchte, zum Beispiel lasst euch wirklich auch immer die Einzelpreise geben für Malerarbeiten, für Bodenbelege, für einen Teil der Fliesen und so weiter, damit ihr da überlegen könnt, welche Dinge nehme ich denn noch raus und vergebe die vielleicht vor Ort an den Malerbetrieb, an den Fliesenleger und so weiter. Weil dann könnt ihr da auch natürlich überlegen oder dann sehen, wie viel spare ich denn. Also auch das meine ich mit vergleichen. Nicht nur die Baufirmen untereinander, sondern auch wenn ihr jetzt ein Gewerk rausnehmen würdet, gerade die Gewerke, die relativ teuer weitergegeben werden, wie eben Malerarbeiten. Das könnt ihr auf jeden Fall mal vergleichen. Und das kann sich dann lohnen, wenn ihr ein bisschen ländlicher baut zum Beispiel. Oder wenn ihr jetzt in München baut, dann vielleicht nicht. Da müsst ihr erst mal einen Maler finden, der es macht. Oder in Köln oder in Hamburg oder in Frankfurt. Oder dann doch in Eigenleistung machen. Ist ja auch immer noch ein Weg. Oder komplett in Eigenleistung machen. Aber das muss man halt wissen, ob das passt. Eigenleistung wäre auch noch so ein Punkt, wo man natürlich sparen könnte oder wodurch man sparen könnte. Das ist aber eher selten die Bauherren, die mit uns arbeiten in der Regel. Deswegen habe ich das jetzt mal bewusst nicht mit reingenommen, weil für viele ist einfach der Tipp, Eigenleistung zu bringen, nicht wirklich hilfreich. Weil die sagen, ja, ich habe halt einfach einen Job oder bin so eingespannt im Job, dass ich das halt einfach nicht hinkriege. Andere wollen das machen, dann noch nach der Arbeit, dann drei, vier Stunden im Haus immer arbeiten. Muss man sich halt überlegen. Aber ist, glaube ich, was, was man sicherlich probieren kann, wenn man da auch handwerkliche Fähigkeiten hat. Oder auch selber in der Branche vielleicht ein bisschen unterwegs ist. Kann man es probieren. Würde ich jetzt aber nicht als Tipp sehen, der wirklich für viele Bauherren wirklich gut funktioniert. Weil man muss halt auch wissen, man darf sich da absolut nicht überschätzen. Das ist schon eine wichtige Sache, glaube ich. Genau, also wirklich alles gut vergleichen, damit ihr wirklich, 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 wirklich wisst, wo bekomme ich denn das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das ist halt am Ende des Tages, wenn es darum geht zu sagen, jetzt wird das Haus der 20.000 Euro teurer. Ja, aber man kann durch gewisse Dinge wieder was reinholen. Und das ist, man muss dann halt einfach, und das zeigt jetzt gerade diese Zeit, man muss einfach besser vergleichen, was die Firmen angeht. Und Firmen, die jetzt einfach große Overhead-Kosten haben und sowas, die werden halt, die werden einfach ein bisschen, ja, unattraktiver dadurch. Das muss man halt einfach sehen. Und da muss man halt einfach gut vergleichen. Und das andere ist halt wirklich eine effiziente Planung. Wird, glaube ich, einfach nochmal wichtiger. Und nicht einfach pauschal zu sagen, ja, hier, ich baue 200 Quadratmeter. Weil ich es kann. Sondern so dieses, klar, wenn ihr einen Platzbedarf habt, der 200 Quadratmetern entspricht, kann es vielleicht aber auch Sinn machen, das so zu bauen, dass ihr da noch eine Einliegerwohnung habt. Zum Beispiel. Zum Beispiel, für die ihr dann wieder eine Förderung mitbekommen könnt. Es sind einfach Dinge, wo man intelligent drüber nachdenken muss. Und da lohnt es sich halt wirklich, einen Architekten an der Seite zu haben, glaube ich, mit dem man das machen kann. Es wird, glaube ich, einfach in der Phase, in der wir jetzt aktuell sind, immer wichtiger, weil dadurch die Planung einfach effizienter und besser werden kann. Und das ist, glaube ich, so das wirklich Wichtige oder die Essenz von dem, was hier hilft. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch da noch einen kleinen Impuls geben. Gerade so dieses Vergleichen, man weiß es ja einfach, aber welche Punkte es dann wirklich sind, unterm Strich. Und welche, oder wo man da noch Möglichkeiten hat, was zu vergleichen, das sehen, glaube ich, dann viele trotzdem nicht. Also habe ich zumindest das Gefühl, wenn ich mit Bauherrn spreche. Dass die dann trotzdem nicht sehen, ja, okay, jetzt hätte ich ja, ja, okay, jetzt könnte ich die Bodenplatte noch extern vergeben, aber das macht ja wieder nur 2000 Euro aus oder so. Ja, aber es sind halt dann, wenn du das mit 10 verschiedenen Dingen machst oder mit 5 verschiedenen Gewerken, hast du auch wieder 10.000 Euro reingeholt. Und das ist halt, man muss halt wirklich gucken, wenn man, und das ist wirklich nur, wenn man sich auf der einen Seite denkt, oh, jetzt wird das alles so teuer. Und also ich finde so dieses, es ist halt teilweise auch so eine Hilflosigkeit, die so ein bisschen da ist, leider. Ja, leider. Also man hat ja auch das Gefühl, oh, jetzt erhöhen die die Preise und da kommt man ja gar nicht mehr hinterher. Und absolut. Aber dann muss man es doch gerade in die eigene Hand nehmen. Ist genauso wie mit dem Grundstücksthema. Ich kriege so viele Mails und Nachrichten von Bauherren, die schreiben, oh, in unserer Region, da ist einfach, da gibt es hoffnungslos, da Grundstücke zu finden. Aber das ist Quatsch. Also es ist wirklich einfach Quatsch. Und es tut mir leid, wenn ich da irgendjemanden damit persönlich berühre. Aber es ist einfach so, weil ich habe auch in München, in Frankfurt, in Köln, im Rhein-Main-Gebiet an sich, Stuttgarter Region, überall habe ich Bauherren, die selber ein Grundstück gefunden haben. Also es ist nicht so, dass es absolut nicht geht. Aber man muss halt was dafür tun. Haben wir auch schon mal eine Episode dazu gemacht mit 5 Wegen, wie man ein Grundstück finden kann, ohne die normalen Immobilienportale und sowas. Also von dem her, so ist es beim Haus jetzt auch. Ich glaube, man muss jetzt einfach ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie kann ich es effizienter machen. Und am Ende des Tages muss man einfach wissen, was ist mir wichtig, wofür will ich mein Geld ausgeben. Und dann kann man wirklich Entscheidungen treffen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Das glaube ich auch. Ja. Puh. Puh. Ist auch ein Atemflug. Ja. Bin ich. Wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Ja. Lasst einen Kommentar da. Auch wenn ihr sagt, nee, so absoluter Mist. Absoluter Blödsinn. Oder wenn ihr andere Spartipps noch habt. Oh ja. Was ihr gemerkt habt, wo ihr wirklich nochmal viel sparen konntet, dann schreibt uns das gerne. Also soll ja auch immer, die Kommentare sollen ja auch immer denen helfen, die es dann nochmal lesen und sehen, okay, da gibt es ja noch weitere Erfahrungswerte und sowas. Deswegen, da bin ich immer sehr dankbar drüber. Ähm, ja. Und dann bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal.